Ich würde mal einen Zettel rausholen auf meinen Rucksack, das raufschreiben und es Sulamir rüberschieben. Super unauffällig. Was machen wir jetzt? Das könntest du ja nicht lesen. Es geht nicht um... Was machen wir jetzt? Da ist kein Anklagpunkt. Stell dir vor, du beobachtest gerade Typen, die prinzipiell verdächtig sind. Und die setzen sich dahin. Anstatt Männer noch zu reden, holen die Zettel raus und schreiben sich Nachrichten und schieben sie hintereinander her. Du hast recht, ist es gar nicht. Verdächtig. Und du hast recht, die werden sich garantiert an so irgendwelche Sachen... Das sind Siebtklässler offensichtlich dann. Gleich kommt einer rein. Wenn du das aufschreiben kannst, kannst du auf der Klasse mitteilen. Lies mal vor. Genau.